Noch mehr in der Garage, wo man eigentlich gar nichts tun kann, als bei Audi, bei BMW und hier bei Mercedes. Wir warten, dass die Ampeln erscheinen, dass der Mann hinten mit der grünen Flagge durchgeht. Und dann wird eben jede grüne Flagge geschwinkt. Das heißt, wir haben hier die Ampel, die wir schon in der Gäste haben, 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 die wir schon in der Gäste haben. Und genau darauf war mit dem Spezialisten, mit Pascal Berenhoff, dass da in der Gäste kommen, dass sich vielleicht der ein oder andere BMW nicht einig ist. Und dann könnte der Lücke entstehen, der den hat sich irgendwie umgedreht. Und da ist Pascal Berenhoff dann auch schon in den Mund versucht, da hat er sich in der Gäste haben.